YouTube, was geht ab? Ami wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute ein bisschen chilligen. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mehr Bock habt auf GTA, lasst gerne ein Abo da. Auf kostenloser Ehrenbruder-Basis. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und gerne ein Like da lassen, Leute. Wartet mal, ich kriege einen Anruf. Hallo? Hallo? Uh, Ajo! Amir? Ah, ja, ja, was geht? Wie geht's dir? Alles klar bei dir, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut, Digga, mir geht's gut. Schön, dass du anrufst. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Pass auf, ich rufe dich nicht an, weil ich will nach Sonnenwetter fragen, ja? Ich habe eine Show für dich, ein Angebot. Äh, Old Job? Ja, okay, ja, klar, Digga, ich bin dabei. Es geht um viel Geld. Du weißt, ich bezahle ihn immer sehr gut, hä? Ja, ja. Ja, richtig. Pass ihn auf. Ja? Ja, ich will zu. Du brauchst mir ein neues Auto. I need some gas. Ich brauche ein paar Autos. Ein paar Autos. Du musst klauen von mich. Ah, deswegen rufe ich mich an. Den besten Autodieep in ganz Los Santos. Das ist doch verständlich. Natürlich. Ich habe gedacht, wer ist die ekelhaftige hier in ganz Los Santos, die klaut am meisten Autos und dann, äh, äh, mir. Ja, gut. Mit dem ekelhaftesten würde ich wegmachen. Was brauchst du, Ajo? Wo, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Bei mir, ich habe eine Ferrari gesichtet an die Stadion, nicht Stadion, an diese Bühne. Ah, im Theater. Die sind die Atabühne, richtig. Oh, ein Ferrari. Da ist eine neue Ferrari, die SQQ775. Weißt du das? Es ist eine neue Modell, die ist gerade rausgekommen. Ja, Alter, welches denn? Die 400 Axi Spider. Viscas, Viscas. Viscas, Viscas. Ja, richtig. Oh, der ist hier in Los Santos? Das ist, der ist nagelneu. Du hörst mit dir. Hast du verstanden? Ich will keine Probleme. Ich will, dass das glatt über die Bühne läuft. Ja, Ajo, du redest mit mir? Ich bin doch dein Freund. Klar, ich besorge dir das. Ich besorge dir das. Ja. Bitte, besuchen das, ja? Ja, kriege ich hin. Kriege ich hin. Der steht mitten auf der Bühne. Aber musst du aufpassen. Der wird gerade vorgestellt. Du hast da ein bisschen vorsichtig zu sein. Alles klar? Okay, das kriege ich hin. Ruf mich an, wenn du was Neues bist. Alles klar. Bis dann. Mach's gut, Ajo. Okay, Leute. Boah, 488 ist das beider. Der Ferrari. Boah, das wird ein gutes. Das wird ein guter Tag. Leute, auch an die OGs hier. Kennt ihr meinen Q8 noch, den Orangenen? Wer kennt den noch, Leute? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr ihn noch kennt. Bin mal gespannt, wie viele OGs hier noch am Start sind. Also, wir fahren jetzt zum Theater auf jeden Fall. Und dort wird sich der Ferrari gesnackt. Warum? Weil ich bin der beste Autodeep in ganz los Santos. Und es gibt keinen besseren hier. Wir fahren los. Let's go. Okay, Leute. Das müsste jetzt hier das Theater sein. Wenn ich mich irre... Du Trottel, du. Mein Gott. Also, manche wirklich haben ihren Führer schon auch beim Lotto gewonnen. Aber, ey, 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 ey. Ich sag euch, Autofahren. Boah, ist ja voll viel Rauch. Da oben ist ein Security. Warum läuft ein Security am Dach rum? Hin und her. Die sind am Vorbereiten. Noch läuft die Vorstellung. Ganz, die sind am Vorbereiten. Aber ist das Auto auch da? Komm, ich geh mal hin und einfach mal abchecken, ob die irgendwas sagen werden. Boah, Leute, da ist es. Hallo? Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ach so, wie kann man hier reinkommen? Was ist mit ihm denn, Armlo? Laufen Sie ein Ticket. Los, ab weg hier. Oh, okay, okay. Ja, 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 ich bin weg. Ich bin weg. Alles gut. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Da oben der Sniper, der ist gefährlich. Den muss ich jetzt irgendwie als erstes ausschalten, Leute. Vielleicht mit einer Sniper. Wenn ich mit einer Sniper ausgeschaltet habe, dann können wir natürlich um die zwei Vollpfosten da hinten. Okay, hier habe ich eine gute Position. Die Sniper wird ausgepackt. Okay, seid ihr ready, Boys? Seid ihr ready? Drei, zwei, eins. Oh, glatter Schuss. Glatter Schuss, Leute. Der war gut, der war gut, der war gut, der war gut. Okay, jetzt müssen wir hier langsam ranfahren. Der ist gut bewacht, aber ich denke mal, ich kriege das hin. Oh, wie wäre es, wenn ich drüben etwas explodieren lasse? Das ist nie abgelenkt. Da kann ich von der Seite... Oh mein Gott, da kommt einer, da kommt einer. Oh, habe ich Glück, habe ich Glück, habe ich Glück. Oh, 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 oh. Alamanlage. Ich muss jetzt hoffen, dass einer hier rüber... Okay, die sind alle abgelenkt, die sind alle abgelenkt, die sind alle abgelenkt. Ich gehe schnell auf die Bühne, ich gehe schnell auf die Bühne. Nicht, dass mich einer sieht, nicht, dass mich einer sieht. Oh, 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 oh. Ich brauche den, Entschuldigung. Oh mein Gott, die schießen, die schießen, die schießen. Die schießen, nein, weg hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, die schießen, die schießen, die schießen. Ich muss hier wegkommen, ich muss hier wegkommen. Ich muss hier raus, hier raus. Was sind Ballers, die langfahren? Die sind, glaube ich, haben nicht vorbeigefahren. Ich glaube, weiß ich... Oh nein, 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 die haben mich gecheckt, die haben mich gecheckt, Leute. Jetzt heißt es Kickdown geben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Leute, ich muss einen ausschalten. Einer steht da, gut. Bam. Der erste ist weg. Das war's. Oh mein Gott, die schießen, die schießen. Nein, nicht auf den schönen Ferrari. Ja, Banausen. Alter, das sind gepanzerte Bolle. Das heißt, ich muss mehrere Haftbomben an die dran machen, damit die explodieren. Okay, 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 ich bin vorbeigefahren. Ich glaube, die haben mich verloren. Haben die mich verloren? Nein, nein, die haben mich nicht verloren. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Nein, bitte. BAM! Weg mit dem. Okay, waren das jetzt alle oder kommt noch wer? Kommt noch. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, 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 das waren alle. Das war knapp, das war knapp, Alter. Der erste wurde geklaut. Es war so semi-schwer. Es waren tatsächlich nur ein paar Security da. Wahrscheinlich, weil erst die Vorbereitung da ist. Ich glaube, zur Live-Show wären richtig viele da gewesen. Das war der gute Zeitpunkt. Das war ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Zeitpunkt, Leute. Geil. Aber ich muss erst mal Ayo anrufen, um zu checken, was ich jetzt machen muss. Weil er hat Autos gesagt. Hallo? Ayo? Hallo? Da, Chef. Ich habe jetzt schon den ersten Ferrari besorgt. Wohin soll ich ihn bringen? Amir, du hast das alles richtig gemacht. Ich hoffe für dich, he? Ja, keine Sorge. Keine Zeugen. Autos weg. 100%. Alles selber. Ja. Ich will keine Probleme haben. Ayo, da war eine Show. Aber die waren gerade in Vorbereitung. Das heißt, die Haupt-Security war noch unterwegs. Das waren nur drei Leute. Ausgeschaltet. Du hast den Ferrari. Ich habe den Ferrari. Ich bin auch gerade am rumfahren. Wohin soll ich das bringen? Ganz genau. Okay, zum Hafen, zum Hafen, dann zu dir und zur Insel. Alles klar, ich bringe ihn jetzt vorbei, Ayo, ja? Sowieso. Bis dann, ciao. Okay, Leute, wir müssen jetzt zum Hafen fahren. Und dort werden wir dann, oh mein Gott, Ayo treffen. Und hat er dann einen neuen Job für mich? Oder kriege ich jetzt schon die bezahlt? Ey, Leute, dieses Auto bricht die ganze Zeit aus. Das ist wirklich schwer. Du kannst damit nicht geradeaus fahren. Und dann kurz nach links und rechts lenken. Egal. Ich bin ja eh die beste Autofahren aus. Ich kriege das hin, Leute. Ab zum Hafen. Okay, Leute, wir sind am Hafen angekommen. Ayo müsste da hinten sein. Oh, ist das ein großes Schiff. Ist das das Schiff von Ayo? Also bringt der so seine Fracht drüber? Ich glaube, da ist er. Uh. Ayo. Grüß dich, mein Bruder. Alles gut? Alles gut. Alles gut, der denn? Oh, wer ist das denn? Wie ist der? Uh. Das ist mein Hund Bubi. Ah, Bobby. Grüß dich. Ja, das ist mein Dugi-Duck. Vorher hieß es, ich hatte einen Hund, die hieß Duen. Jetzt ist Bubi. Ah, ja, 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 ja. Wow, da ist er. Die Ferrari Piscas. Ja, 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 ganz genau. Und? Gefällt dir? Unglaublich, unglaublich. Sehr schön, sehr schön. Die Eischung gucken, die Hände ist, die Rüsch weglassen können. Ja, das kann man. Bisschen Farbe, bisschen Spucke, bisschen Kaugummi, weißt du doch. Ja, ja, das geht schon. Das kriegen wir hin. Der Motor, bis du hast gemerkt, wo du bist gefahren, was für ein Auto. Ja, der hat Power, Alter. Holy. Der ist wirklich krass. Der ist wirklich krass. Ich habe ein Auto. Aber Ayo, was ist das jetzt? Das kriege ich jetzt Geld, oder? Geld kriege ich später. Alles klar, ich habe mir. Okay, okay, komm. Du bist mein Freund, du bist mein Freund. Ja, was soll ich jetzt machen? Mein Boot, du kannst mir jetzt... Ich rufe dich später nochmal an. Alles klar? Du rufst später nochmal an. Hast du noch ein Auto, wo ich wegkomme? Ja, das Auto heißt Danny Bane. Ja. Hey, wirklich, du warst ein Frechdachs. Tschüss. Hey, aber Leute, keine Sorge. Ayo für Überweisgeld. Ayo kenne ich schon lange. So, wir gehen uns erstmal ein Auto klauen, Leute. Wir sehen uns wieder, wir sollten schon ein Auto ab. Oh, Leute, hier fährt einer. Stopp, stopp, stehen bleiben. Ich muss arbeiten. Tschüss. Dankeschön. Oh, ey, Leute, ich kriege wieder einen Anruf von Ayo. Äh, hallo? Ayo? Hallo? Hallo? Ja. Ja, bei mir ist alles gut. Ja, ich habe ein Auto gefunden. Danke. Oh. Noch eine? Oha, ja, ja, erzähl. Ja. Ja, ja. Du willst sein Auto haben. Okay, 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 kriege ich hin. Kriege ich hin. Ja, du redest eben den besten Autotypen ganz aus Santos, Ayo. Habe ich dich jemals enttäuscht mit Autos? Nein, das heißt du nicht. Also, mach dir keine Sorge. Ja. Äh, vielleicht ein Hund, vielleicht ein Hund. Du weißt das. Ja, Digga, ich habe heute KFC gegessen, Entschuldigung. Mann. Okay, ich merke ihn schon, ne? Ja, ja, alles gut. Besuch mir die Autotypen. Ja, kriege ich hin. Was denn? Bis dann. Ich habe gedacht, er wird das nicht merken. Egal. Okay, Leute. Am West Highway eine Villa. Was wird das wohl für ein Auto sein? Egal, Leute, wir checken das aus, oder? Wir sagen nie nein zu einem Job. Let's go. Oh, Leute. Okay, ich glaube, das muss das Anwesen sein. Das ist ziemlich am West Highway anfangen. Okay, das muss es sein, das muss es sein. Park einfach mal hier und dann nochmal abchecken, was so abgeht. Boah, eine französische Flagge. Äh, hallo? Hey, nicht so schnell. Kann man dir helfen? Ja, ich bin Journalist. Ich wollte ein Interview mit dem Hausbesitzer hier führen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wie, warum? Keine Journalisten. Ja, aber... Das ist doch hier für das allgemeine Volk. So, die Wahrheit. Die wollen die Wahrheit. Nein. Bitte steigen Sie jetzt in Ihr Auto rein und gehen Sie weg. Danke. Ja, okay. Ey, Leute, das ist schade. Ich achte, Journalisten klappt das, aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Gucken an... Hä? Äh, hallo? Der Herr, der ist auch einfach so durchgelaufen gerade. Ja, der hat auch einen Termin. Ja, ich habe auch einen Termin. Nein, das haben sie nicht. Ach, mach. Blödi, ja. Okay, Leute, Leute, wir müssen unbedingt da rein. Aber wie komme ich da am besten rein? Ich überlege gerade. Der eine haut ab. Der eine haut ab. Der begleitet die Frau danach drin. Leute, unsere Chance. Unsere Chance. Äh, Entschuldigung, so. Ich weiß, ja, der Herr... Ah, scheiß drauf, Leute. Okay, der ist ausgeschaltet. Oh, da hinten ist der andere. Der hat den Schuss nicht. Der denkt, wahrscheinlich ist der Kollege einfach nur so rumgeschossen. Jetzt heißt es Ninja-Modus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und... Weg mit dem, weg mit dem. Okay, Leute. Nein, nein, Leute, hochfahren dauert zu lange. Leute, wir müssen... Jetzt müssen wir im Impact rein. Wenn wir jetzt Zeit verlieren, die Leute wundern sich, was unten mit dem Wachen ist. Ich muss direkt hochgrusen. Vielleicht mit dem Q8 hier vielleicht von denen. Das ist wahrscheinlich deren Security-Auto. Leute, let's go. Wir fahren jetzt da hoch. Dann kann es sein, dass wir ein bisschen Ärger haben. Vollgas. Und... Ups, Entschuldigung. Boah, Leute. Ey, wie lange geht das hier hoch? Ey, der muss super reich sein. Was hat der wohl für ein Auto? Ey, ich bin echt gespannt, was er jetzt... Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich bin fast runtergefallen, Leute. Ich bin fast runtergefallen. Erstmal, was ist das? Oh, mein Gott. Okay, Leute. Wir wurden gesichtet. Wir wurden gesichtet. Ai, 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 ai. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Was ist das andere? Oben im Dach. Okay, den habe ich ausgeschaltet. Den habe ich ausgeschaltet. Kamp-Gun. Boah. Da sind einfach Leute am Schreien. Man schießt noch eine Pistole auf mich. Eine Pistole. Leute, was ist das für ein Auto? Das ist ein Old-Time-Ferrari. Dickster. Lasst mir nur das Ferrari. Lasst mir den Ferrari betonen an. Seid ihr vorbei? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Leute, let's go. Oh, mein Gott. Leute, Leute, Leute. Guckt euch das Auto mal an. Ach, du Heilige. Wie geil sieht das denn aus? Das müssen wir testen. Das müssen wir testen, bevor wir uns zu Ayo bringen. Leute, das ist das schönste. Guckt mal in den Motor rein hinten. Man sieht alles. Was glaubt ihr, wie viel der Wert ist? Bestimmt bei 100.000. Okay, okay, Leute. Jetzt heißt es kickt um weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, Leute. Ich muss jetzt erst mal Ayo anrufen und fragen, wo ich die Ware hinbringen soll. Es klingelt. Ayo, geh doch mal dran jetzt. Hallo? Hallo? Ayo! Ayo! Rate mal, was ich besorgt habe. Dein Oldtime-Ferrari habe ich geklaut. 100 Prozent. 100 Prozent. Ich bin gerade drin am Fahren. Bist du dir sicher? Das ist die Richtige. Das ist die Richtige. Der ist so krass, Ayo. Oh, mein Gott. Ayo, ich bin stolz auf dich. Natürlich ist die Krass. Dankeschön. Dankeschön. Das ist jetzt nulle Wagen. Du machst ihn kaputt. Und keine Schusslöscher. Auf gar keinen Fall. Aber Ayo, ich muss wissen, wieder zum Hafen. Alles klar, wieder zum Hafen. Okay, ich bringe ihn dir. Kannst du mir bitte jetzt ein Auto mit, wo ich da wegfangen kann? Ja, na klar. Alles klar. Okay. Ja, danke dir. Danke schön. Danke dir. Alles klar. Dann bis gleich, Ayo. Bis dann. Freutisch. Auf den E-Marschum. Mare ich. Danke. Tschüss. Oh Gott, Leute. Ey, was will der mir? Was will der mir für ein Auto geben? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Ich bin echt gespannt. Ich bin mal gespannt, ob ihr auch richtig ratet. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Dann, wir fahren jetzt da hin, Leute. Let's go. Bis gleich. Okay, Leute. Wir sind jetzt wieder am Hafen angekommen. Ich bin mal gespannt, ob Ayo uns ein geiles Auto vielleicht auch im Ferrari oder so dagelassen hat jetzt hier, ob wir zurückfahren können. Äh. Hallo? Ayo. Grüß dich. Alles klar? Grüß dich. Ja, und selber? Ja, sehr gut. Hi, Bobby. Ja, und Ayo, was sagst du? Ja. Ist das denn es? Was denn? Ist das denn es? Was denn? Das ist ein unglaubliches Auto. Good job, Ayo. Ich bin gerade dran, wenn ich kaputt habe. Genau so gut ist es. Ja, natürlich, Ayo. Sehr schön. Gefallen mir sehr. Ayo. Super. Ich habe eine Frage. Du wartest wahrscheinlich schon auf deine Überraschung, oder? Genau. Hast du die irgendwo versteckt? Guck mal. Ja. Die kannst du noch nie sehen. Nee. Ich bin gerade über am gucken. Und zwar, mach die Augen zu. Okay, ich mach die Augen zu. Ayo? Ich hab die Augen zu. Was soll ich machen? Ja, warte, warte. Du siehst es eigentlich die ganze Saison. Hä? Aber du hast noch nicht gemerkt, dass das ist dein Geschenk. Ja, okay. Hä? Mach die Augen auf. Du weißt, der Ferrari. Guck mal hier. Äh. Das ist ein Geschenk von mir an dir. Meine Freund. Meine Schätze in deiner Arbeit. Willst du dem, Mr. Rook, dann musst du nicht zu Fuß. Ja? Eine kleine Geschenk von mir. Eine kleine Einerkennung. Freut mich sehr, ja? Ich ruf ihn dir später dann nochmal an, Armin. Komm. Puppi. Ja, also. Steck er hin. Ja, dann. Tschüss, Ayo. Steck er hin. Leute, ich dachte, der will mir jetzt den Ferrari schenken. Der hat gesagt, das ist die ganze Zeit vor mir. Ey, Leute, wirklich. Also, ich hoffe übrigens, der beweist mir Geld. Und nicht nur die Zahlung hier für meine ganzen Dienste. Steht euch vor, der bezahlt mich nur mit einem Fahrrad. Dass ich zwei Ferraris geklaut habe. Ich muss ja später mal gucken, wie viel Geld in der Bank einfach gekommen sind. Ey, schade. Ja, egal. Warte, ich kriege schon wieder einen Anruf. Äh, hallo? Hallo? Ayo! Ja, danke für dein Fahrrad. Ich bin gerade am Fahren ein bisschen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Und ist schon ein Fahrrad. Ne, ist toll. Ich habe einfach eine Tour gekauft für dich. Ja, ja. Super. Und, wie sind die Bremsen so? Alles gut bei dir Fahrrad? Ja, super. Also, wirklich. Also, ist ja fast wie ein Ferrari-Fahrrad. Ja, guck, ich habe dir gesagt, du bist mein Freund. Deswegen, ich schätze dich auch. Ich gebe dir immer die besten Geschenke. Ich kann dir geben. Ja, danke schön. Ey, wirklich zu krass, Ayo. Wow. Keine, keine Problem. Äh, gibt es einen Grund, warum du mich anrufst? Oder wolltest du einfach nur abchecken? Ja, es gibt einen Grund. Und zwar, ich habe für heute eine Liste in Job für dich, Armin. Oha. Ja? Und da kriegst du etwas Geld, ja? Kurze Frage. Etwas mehr Geld. War das Fahrrad gerade eine Bezahlung für den zweiten Ferrari? Oder war es ein Geschenk? Das war so eine Geschenkbezahlung. Das heißt aber Geld für den zweiten kriege ich noch. Wenn du den dritten Yers holst, dann kriegst du Geld für den dritten und für den zweiten. Alles klar? Okay, machen wir, Ayo. Komm, weil du es bist. Im Dreierpack. Ja, okay. Und dann kriegst du auch viel Geld, versprochen. Ja, ja, bin ich dabei. Aber du weißt, ich habe genug Geld. Ja. Interessiert mich nicht. Ich weiß, Ayo. Sag mir, was muss ich machen? Ich bin bereit. Pass auf. Im Human Labs. Aha. Ein hoch abgesichertes Bezirk. Ja, weiß ich, kenne ich. Alles klar? Kenn ich, kenne ich, kenne ich. Die Human Labs. Musst du sehr aufpassen. Das Militärbewerbungen. Krieg ich hin, Ayo. Du gehst mit dem besten Autodeeb. Das ist eine Verzirk. Eine etwas futuristische Verzirk. Okay. Okay. Das ist ein Testverzirk. Ich will dieses Verzirk haben. Dieses Verzirk ist unglaublich viel wert. Und auch für die Wissenschaft viel wert. Ich will das haben. Alles klar? Kriegen wir hin, Ayo. Ja, ich hole es dir. Alles klar. Pass auf dich auf. Das ist ernst. Das ist die letzte, aber auch die schwerste Mission. Krieg ich hin, Ayo. Es gibt nichts, was ich nicht schaffe, Bro. Pass auf dich auf, Ayo. Alles klar, mach's gut. Ich rufe mich an. Ja, ich rufe dich an. Ich will dich nicht im Knast sehen. Ja, ich rufe mich auch nicht. Mach's gut. Tschüss. Okay, Leute. Also jetzt letztes Auto. Dann kriegen wir eine dicke Bezahlung. Ich muss das machen, Leute. Fahrrad für ein Ferrari hätte ich genauso gut Ayo betrüben können. Aber das mache ich nicht. Ich mache nicht. Okay, Leute. Auf der Autobahn. Ich bin schneller als du. Let's go. Super voll Füße. Okay, wir sehen uns beim Human Labs. Okay, Leute. Wir sind jetzt beim Human Labs angekommen. Ich bin mal gespannt, wie krass das bewacht ist. Boah, hier kommen so Teslas rausgefahren. Hä? Der Cybertruck war das gerade, oder? Oh mein Gott. Yo, 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 yo. Wo ist denn das? Das ist ja irgendwo eine Garage. Okay, hier sind ein paar Autos geparkt. I'm on my farad. On my farad. I am. Ach du Scheiße. Wie viele Polizisten sind das? Okay, Leute. Ich muss schnell. Ich muss da schnell um die Ecke. Ich muss einfach schnell um die Ecke. Security, Polizei, Absperrung. Okay, okay, Leute. Ich glaube, ich muss das so machen. Ich muss das so machen. Leute, wie soll ich mich da reinreden? Wie soll ich mich da reinreden? Ich komme da nicht rein. Ich muss da mit Gewalt rein. Okay. Seid ready, guys? Wir fangen an. Und let's go. Angriff. Oh, ich bin auch angeschossen. Na, na, na. An der Seite, an der Seite, an der Seite. Hab den, hab den, hab den. Ist oben auf dem Dach vielleicht einer? Oben auf dem Dach ist einer. Okay, Leute. Ich muss die Garage schlafen, Mann. Garage, geh auf. Oh mein Gott. Der Ferrari. Hey, was soll denn so besonders an ihm sein? Das verstehe ich nicht. Hä? Was ist das so ein Knopf? Hä? Hä? Ist das ein Rainbow-Ferrari? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Ey, der verändert ganz so die Farbe. Wie krass ist das? Ja. So, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich hab einfach fünf Sterne bekommen. Schaut hier hin. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Polizei sieht er mir. Ey, kein Problem. Hier, Überraschungsgeschenk. Einmal vom Ferrari. Und let's go. Kick down. Okay, die sind weg, die sind weg, die sind weg, die sind weg. Ey, Leute. Okay, ich muss hier jetzt den Weg hier einfach nehmen. Das verändert einfach ganz so die Farbe. Ey, Rainbow Lamborghini war einfach gestern. Heute ist es einfach Rainbow Ferrari geklaut von Amir. Ja, okay, jetzt heißt es wirklich entkommen, Leute. Oh mein Gott. Oh Gott, ich muss Ayo anrufen, ich muss Ayo anrufen. Das sind zu viele Polizisten. Was klingelt? Ayo! Ayo, Ayo, Ayo. Ich brauch deine Hilfe. Es sind zu... Ja, ich hab alles, aber es sind zu viele Polizisten hinter mir. Wieso brauchst du meine Hilfe? Hast du verkeckt oder was? Nein, ich hab das Auto. Ich bin damit entkommen, aber tausend Polizisten hinter mir. Riot und... Wieso sind die Polizisten? Willst du mich verärtschen? Ja, hättest du mir doch sagen sollen, dass da irgendwie... Ich hab gesagt, der ist Polizei. Aber, ich hab den Rainbow Ferrari. Ich komm dir helfen. Ja, wo soll ich hinkommen? Wo soll ich hinkommen? Okay, ich komm zum Flughafen. Let's go. Okay, mach ich, mach ich. Bis gleich. Oh, oh, okay, Leute. Ihr habt gehört, ich muss zum Flughafen. Ich muss zum Flughafen. Okay, Leute, ich geb Kickdown. Wir sehen uns gleich im Flughafen. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt am Flughafen angekommen. Aber die Polizisten sind immer noch hinter mir in dem Helikopter. Oh mein Gott, ich muss zum Flughafen. Ich muss zum Flughafen. Oh, Tor, Tor, geh auf. Tor, geh auf. Hey, wer ist das? Was ist das? Wer ist jetzt im Helikopter? Amir! Ja, ey, bist du das, Ayo? Ayo, hol mich mit, hol mich mit. Ich bin am stehen. Hey, Polizei-Helikopter hinter mir. Ich beeil mich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ayo, schafft das. Hält still. Oh, Ayo, 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 Ayo. Leute, wir sind am Abbaus. Ja, 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 ja. Hält dich fest, Amir. Ja, oh mein Gott, Leute. Wow, wow. Wohin fliegen wir, Ayo? Zu mir, auf die Insel natürlich. Oh mein Gott, wir fliegen zur Insel jetzt rüber. Böse, Hältin. Ich halte mich fest. Okay, Leute, das war's gewesen mit der Folge. Wir haben alle drei Autos gekauft. Wir sind von den Pulsisten weggekommen. Wir gehen jetzt zu Ayo's Insel. Ich bin gespannt, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne einen Like da, kommentiert. Wie krass war das? Sollen wir weiter mit Ayo arbeiten? Lasst ein Abo auf Kosten- und Ehrenbodenbasis. Und ich glaube, euch, wir haben nichts mehr zu verpassen. Und checkt die Jungs unten in der Beschreibung ab. Das war's gewesen mit Amir. Let's go!